Okay, zwei, wir wären soweit. Wie? Wir wären soweit. Was ist denn los? Ja, Rosenscholz. Wie, was Rosenscholz? Ist es schon wieder soweit? Ja. Rosenscholz. Und wann ist das? Am 12. März im Kulturzentrum Ofener Diek. Aha, und wer kommt da so? Oh. Oh. Corinna May, dreimalige Grand Prix-Teilnehmerin. Dr. Maren C. Ford, Sprachwissenschaftler und Plattdeutschexperte. Oliver Römer, die deutsche Antwort auf Paul Potts. Und Horst Klemmer, Manager von Heinz Erhardt und Inhaber der Miss Germany Corporation. Im Showteil natürlich Corinna May und Oliver Römer mit den Bathroom Brothers. Aha, und wo gibt's Karten? Zum Beispiel unter www.rosenscholz.de. Das ist ja einfach. Haben wir jetzt was vergessen? Ja, wir freuen uns auf Sie. Ganz genau. Ja, wir freuen uns auf Sie.